Hallo! Denkst du bei Bibli... Psst! Oh, sorry! Denkst du bei Bibliothek auch an knarzende Dielen und Staubmäuse? Hatsch! Dabei sind sie ein Sammelbecken für Kultur und Wissen und könnten schon bald deine berufliche Zukunft sein. Beim Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz kannst du ein duales Studium im Bereich Bibliothek und Information machen und schon bald als Bibliothekarin arbeiten. Nein, Dutt und Brillenkette waren gestern. Heutzutage navigierst du als Bibliothekarin durch den Informationsdschungel. Neben klassischen Bibliotheksarbeiten wie Bestandspflege oder Medienbearbeitung lernst du alles über die Beschaffung und Organisation von Informationen und Daten und gibst dein Wissen auch an BürgerInnen weiter. Dabei spielen Digitalisierung und Technik eine ebenso große Rolle wie gedrucktes oder sogar Tinte auf Papier. Du siehst, als Bibliothekarin wird es wirklich nie langweilig! Psst! Jaja, ist ja gut! In der Vorlesungszeit besuchst du für dein Studium die Hochschule für Medien in Stuttgart oder die TH Köln. In der vorlesungsfreien Zeit und im Praxissemester sammelst du dein praktisches Wissen, indem du an einem oder mehreren der fünf Standorte des LBZ arbeitest und unterschiedliche Abteilungen kennenlernst, die sich mit Themen wie Digitalisierung, Informationsvermittlung, Landeskunde und Regionalgeschichte oder Leseförderung und Medienbildung beschäftigen. Um als Bibliothekarin bestehen zu können, solltest du natürlich Bücher und Medien aller Art lieben und technisch und digital fit sein. Außerdem solltest du Menschen mögen und ein paar gute Kommunikationsskills und Geduld mitbringen. Klingt nach dir? Mega! Und weißt du was? Flüstern müssen wir hier auch nicht, denn Bibliotheken sind auch Orte der Begegnung und Kommunikation. Schick jetzt deine Bewerbung ab und wir drücken dir die Daumen. Tschüss und bis bald!